So, und an dieser Stelle gibt es jetzt eine kleine Pause, da kannst du jetzt aufs Klo gehen oder dir ein Bier holen oder Zigarette rauchen oder einen Kaffee kochen, ist egal. Ja, und nach der Pause geht es dann halt weiter. Nicht ein Grund zum Feiern ist. Someday, somewhere, today's Empires, tomorrow's ashes. A game where every empire turns to dust and every ego will be crushed. The Cracker Doom is coming soon. The Cracker Doom! Ja, ich bin jetzt eben nicht da. Hey, Quatsch, du bist, glaube ich, nicht da. Ich bin ja wohl da. Logistik, das bedeutet, dass man illegale Wohnungen hat, dass man in der Lage ist, sich illegal zu bewegen, das heißt, Ausweise fälschen kann, dass man Autos klauen kann. Ich hatte als Student ja überhaupt keine Ahnung, wie man ein Auto stiehlt. Und das musste ich lernen. Schweine, Schweine, ihr wisst schon, wenn ich meine. Es ist nicht tot, der Krieg. Die letzten Schadenhäuser, Scheiße, passiert. Ich habe ganz vergessen, dir zu gratulieren. Also herzlichen Glückwunsch. Für 1000 Euro möchte ich von Ihnen das hier wissen. Welchen Beinamen trägt Berlin? Ada Tümpeltiger. Mal reingerochen haben, die zum ersten Mal in der Köpi hier in Berlin waren. Mittagessen. Nun zu meinem Wunsch, es wäre ein Netz. Gibt's auch Zebrastreifen. In Hildesheim gibt es aber keine U-Bahn. Macht nichts. Da oder Jankton. Da am besten noch nach 13.30 Uhr. Wie ich leben will, das macht der Lech kaputt. André von der Sprech. André, danke für dein Mio. Alle nach den Idioten, morgen wird das Weltkrieg. Danke für dein Mio, ganz lieb zu spielen. Und dann hier ist dein Wunsch. Da ist das. Ich bin der Ahrer von der Versammlungsbeule Berlin. Ich hätte gerne hinsichtlich ihres Mordien-Aufzuges noch einmal mit Ihnen ihre Sprache geeignet. Und es fehlt kein Wind von 1976. Poliziai, menna.